Musik Herzlich Willkommen zu einem neuen Spiel, das jetzt auf meinem Kanal angezeigt werden wird. Und zwar, das Ganze heißt State of Decay und wie ihr seht, hat man hier schön den Xbox Play Button. Und zwar, was hat es damit auf sich? Das Spiel ist ursprünglich nur auf der Xbox erschienen und ist damit das Daisy-nächste Spiel, das es auf der Xbox oder auf der Konsolen generell gab. Und das Ganze gibt es jetzt als Entwicklungsversion, das heißt es ist kein fertiges Spiel auf Steam zu holen und man kann es nur mit einem Xbox Gamepad zocken. Genau das werde ich jetzt tun und ich habe schon ein paar Videos gesehen, ich finde das Spiel richtig geil und ich möchte diese Erfahrungen mit euch teilen. So, schon mal ein geiler Ladebildschirm hier mit dem Stacheldraht um den Adler. Halte LB gedrückt, um zu sprinten, drücke A, um zu springen und zu klettern. Naja, die Tipps könnt ihr euch selber durchlösen. Bin ich jetzt zu sprechfaul. Oh mein Gott, wir müssen dir helfen. Ähm, angreifen. Komm, komm, mach mal die Blatt. Komm, verdammt, das hast du allein geschaut. Ah, da ist noch einer. Stirb, 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 stirb. Boah, was für ein Kloppen hier. Stirb und bleib tot. Na ja. Finde ich gut. So, es ist nicht sicher. Okay, zum Forsthaus müssen wir. Everybody takes some cannibalism? B is me. Naja, ich finde komischerweise, es sieht die Grafik jetzt nicht so toll aus, wie es auf der Xbox aussah und darum geben wir erstmal Grafikeinstellungen. Ähm, ja, da haben wir... So, das nehmen wir wieder zurück. Grafik verbessert, Spiel ist erstmal abgekackt. Ja. What the hell, man? Wir haben zwei Wochen und was? Everybody takes some cannibalism? B is me. Und... Ich hab's jetzt auf Ultra gestellt, das Format stimmt jetzt auch wieder, aber vorhin falsch angestellt. Naja, ich will jetzt erstmal... Oh, soll ich jetzt drücken? Das Inventar, das war jetzt... Okay. Äh, das ist unser Kumpel. Wir sind der Markus. Ähm... Zuversichtlich... So, wie komm ich in den Rucksack? Äh, das ist der Rucksack, glaube ich, was wir hier haben. Wir haben nicht wie in Daisy ein normales Inventar. Naja, wir gehen jetzt erstmal da hoch. Bisschen kloppen gehen. Und... Okay, so kann man zielen. So schlagen. Okay, so kann man geduckt laufen. Okay. Oh, mir ist schon ein Zombie. Verdammt. Ähm... Okay. Schon Angst. Okay, kann ich nochmal geduckt laufen? Okay, B gedrückt halten. Ich bin halt jetzt komplett totaler... Oh, da ist noch einer. Totaler Noob in dem Game. Verkauft's auch schon. Hab das noch nie ausprobiert. Also, ihr seid live dabei. Bei meiner ersten... Ja, bei meiner ersten Aufnahmesession. Was frisst der da? Äh... LB... Hä, was? Ja. Danke, dass du ihn festhält. Echt... Wow. Was hab ich für ein Stock? Meine Fresse, es ist ein Superstock. Okay, beim Schleichen können wir irgendwie den mit einem Schlag töten. LB und... Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, glaub ich. Ja, ich kämp... Oh Gott. Shit, diese Leute sind auch verbrannt. Oh Gott. Bleib hoch und bleib ruhig. Okay, den machen wir, den machen wir. Komm, komm, er ist down. Ah, okay. Ich muss die ganze Zeit schauen, der LB-Y. Hier noch welche. Nee, ist so krass. Komm. Immer an das Ganze leise. Ist der Kripp. Oh! Ähm. Okay, dich holen wir uns auch. Ähm. Okay, es gibt ganz schön viele Knöpfe. Oh, geht's dir gut. Ich bin schon ganz rocky. Aber... Wir haben es geschafft, Mann. Komm, gehen wir. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Boah, das stinkt. Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Oh, wenn ihr nur hier wärt, ey. Da ist er. Los, los, los. Ja, hast du gut gemacht. Das war gut. Okay, ich höre Stimmen. Komm. Es gibt hier noch andere Survivor, die müssen wir finden. Wollen sprinten eigentlich? Ja, das macht mich nicht. Ist das eine Taschenlampe? Ey, was geht? Morgan. Bisschen aufnahme? Ja, bin ich. Ich spiele das Zombie-Nächste-Spiel auf der Xbox. Aber das gibt es auch noch auf der PC. Ach, Xbox! Ja, das ist jetzt PC, aber ich muss halt mit Xbox Controllers suchen. Was? Xbox, ich bin weggegangen. Du hast das Wort gesagt. Ja, das war, also es ist nicht auf der Xbox, es gab es nur ursprünglich drauf Und ich muss aber mit Xbox-Controller spielen Klar Wird jetzt nämlich noch alles entwickelt Das Spiel ist so geil, ey Was passiert ist, ist, dass es hier mehr ist, als ich erwartet Wir brauchen den Rest der Kabinen für Survivor Aber ich habe hier verletzten Leute, die ich anzusehen Okay, wir sehen, was wir können Lappen hat ja letztens jemand, also vor kurzem jemanden gebannt Das kläre ich nachher, ich bin gerade in einem Dialog Okay, wir können nehmen, was wir wollen, jetzt kannst du es sagen Ich labere gleich nachher mit dir, nicht, dass ich noch weiter störe Buddy, lass deinen Kanal Was ist das? Ich sehe, dass nicht dieser scheiß Infolink verdeckt mir alles Metallklammer ausgerüstet, das klingt schon mal gut Wird auch gerade durchgenommen, so Können wir ein Buch mitnehmen, ich weiß nicht Geht jetzt schon mal richtig Schiss Gut zu sehen Ich muss hier gar nicht mitkommen Ich habe genug Einfluss Naja, wir müssen uns hier erst anmachen oder sowas, keine Ahnung Wo haben wir denn noch mehr hier? Wie kann ich schneller? Ah, LB gedrückt hat Nice Das war's, glaube ich, schon Habt ihr so... So bin ich scheiße gefunden Sorry No, Thomas Alter, dass die alle keinen Bock haben zu reden Richtig so schlecht Machen wir dann lieber wieder zu Dass unser Freund nicht mitkommen kann Hey, bitte Tür schließen Das ist gefährlich Was fällt da nicht ein? Ed, komm Das geht echt nicht Oh Gott, da kommt schon was Ah, ah, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Oh, damn, oh, war cool, ey Stückchen gleich Ah, das ist, das ist Das ist nichts für kleine Kinder, also Also liebe kleine Kinder, ich darf es gerade anschauen Sandmönchen LB gedrückt um schneller zu klettern Praktisch Echt, das gefällt mir richtig, das Spiel Okay Oh, da, schau mal Was haben wir da? Ein Campingplatz Ja, die Steuerung hakelt noch Ja, mhm Ja, mhm, aha Zu wissen Ich sehe ein paar Plätze, die eine Schraubung zu gehen Gut, da müssen wir auch nachher hingehen Schatzzombies Bist du? Hey, etwas geht Nimmt ich das alles auch so mit wie mich? Nein, du bist ein harter Kerl Das war's, glaube ich Ich glaube, das ist alles, was es zu sehen Okay, gut Was ist das, Ed? Schatzzombie Ja Ich glaube, wir sind nicht derjenige, die einen schlechten Tag haben Ja, ich habe auch einen Scheißtag Da habe ich noch keine Waffe gefunden Das muss sich jetzt ändern Darum gehen wir Äh, wo bin ich? Was zeigt Meine Markierung ist dieses Ding hier Was ist da? Okay, da muss ich nachher hin Aber wir wollen ein Auto Okay So, was wäre es jetzt da? Hi Alle kommen in meine Aufnahme rein Nichts mehr da Ach so, oh Naja, stört nichts, stört nichts Mal eine nette Unterhaltung führen Naja, ich komme nachher, Daisy So, ja, ich wollte jetzt eigentlich Battlefield Battlefield können wir auch machen Ja, okay Ich gehe dann mal in den Battlefield-Channel Ja, mach das Buddy, lebt Ihr Channel Wie interessant, wer alles jetzt vorbeikommt Irgendwann ist der ganze Clan hier drüben Ganz creepy Ist das ein Mensch? Ich weiß Er läuft vielleicht ein bisschen komisch Aber wir können nie sicher genug sein Äh, ich mach doch Oh, schmal Ach, schmal Ach, wer es dich fragt, warum setze ich Assassin's Creed 4 nicht fort? Begründung, meine Xbox ist abgekackt Und der Rucksack ist leer Darum kann ich Assassin's Creed 4 nicht mehr spielen, was mir jetzt gerade ein bisschen abfuckt Äh, 3, Assassin's Creed 3, sorry Die leuchten irgendwie Ah, wenn man nicht los ist, kann man schneller suchen Oh Okay, okay, okay Wir haben Probleme, wir haben Probleme Was, was, was Warte, oh Scheiße Stirb, stirb, stirb Stirb Los, 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 los Ja, Stufe, 2, kämpf Komm Scheiße Scheiße Boah, Stamina alle Boah, das Kampf ist anstrengend Boah, wie viel sind das noch? Boah, ich glaube ich bin echt leiser vorgehn Boah, ein paar Schmerzmittel nehmen, äh, Inventar war... Boah, nein Boah, lag Okay Boah, das ist irgendwie ein bisschen komisch Was? Führungskraft Okay So Verwenden Boah, das überdeckt das hier gerade ein bisschen Äh, Quick Info Zerstören Ich zerstöre auch nichts Okay, das ist schon mal eher mein Kaliber Ein bisschen kloppen Den macht er alleine Ich glaube, ich habe hier alles Ja, X heißt leer Gehen wir mal weiter, mein Freund Mehr aufs der Essen ist noch hier Eine Bierflasche Gehen wir auch schön Grillabend machen, muss ich mir merken Für die nächsten Folgen Was haben wir denn hier? Ja Sperrig Leuchtsignal Okay Vielleicht nur übernimmt das mein Backpack automatisch Den kann ich jetzt zerstören So Dass niemand anders den findet Oh, der sieht aber cool aus Nicht gangsterhaft Das war Map Map war Select Ja, Standard Xbox Daumarkt Ich will noch die anderen Campingplätze abchicken Alter, der Wald gefällt mir richtig gut Ich kann gar nicht viel Zeit verbringen Ist da Bärms Da kommt ich Da kommt er nicht lang Was? Okay Okay Ja 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 Hm, gehen wir weiter Ja Ich verstehe nicht, was das Zustimmen eigentlich bringt Hier können wir auch mal reingehen Oh, da höfst du schon Ein Auto haben wir auch Eigentlich gut, dass ich das mit der Xbox-Konsole spiele Weil Third-Person ist Xbox oder Generell Konsolen besser dran Eher Move-Fucker Ich finde es auch geil, wie das dann einfach vibriert Das sind sicher viele drin Oh, 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 oh Ah Ah Oh Gott Was mach ich? Was machst du? Ed Du brauchst mich hin, ich war Stirb Stirb Oh, da ist noch einer Oh, da sind ja noch welche Nehme ich nochmal Schmerzmittel Okay Ja, okay Maybe baby Was ist da? Das ist doch gerade wie eine komische Bohrmaschine mit einem Schraubenzieher aus Hey, das hat sich jetzt gelohnt hier rein zu gehen Ressourcen? Hä? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Gibt's hier wohl doch was? Nur wo? Sieht nicht so aus Im Baumarkt gibt's da wohl was Ah, das Leuchten, das hört mir gar nicht auf Ich bin froh, dass sie das nicht hören haben Okay, sie haben es nicht gehört Der Baumarkt ist auch leer Und, naja Werden wir mal Scheiße Locked Verdammt Ich hab mir jetzt gedacht Ich könnte ganz chillig mit dem Auto da rüberfahren Komm Ich hab auch keine Ahnung, wie das alles zustande kam Einfach mittendrin Apokalypse Oh, da kommen wir nicht rein Oh, was ist hier passiert? Sieht schlimm aus Oh, der weg Das weg Ist da, ist es leer Geil Beeil dich, ist nichts Ah, da haben wir doch was Die Folge neigt sich auch langsam dem Ende Damit Auch die heutige Verlebensaufnahme Naja Eigentlich logisch Ich will doch durchsuchen Komm schnell Hier ist was Lass mich das durchsuchen Hier ist jetzt größer als meiner 3,3 Das ist ja genau dasselbe Ja Uh, ein Gewehr Nice Finde ich auch So, wie kann man jetzt die Waffe wechseln? Kann man mal anders sagen, wie ich die Waffe wechseln kann? Okay, wenn ich Zielen drücke, dann nimmt er automatisch die Shotgun Und wenn ich X drücke, den Knüppel Gut Na komm, die kleine Mission machen wir noch in dieser Folge Und dann haben wir auch was Erreicht Geh prone, mein Kumpel Ich bin echt taub Und down Erwagen sich schon wieder alle in der Wand Wie gesagt, es ist nur in der Entwicklung Das sieht schon, dass wir jetzt einfach mal durch die Wand gehen Oh, scheiße Das ist nicht leise genug Ich weiß nicht, ob die nachts schneller sind Das ist nicht leise genug Inkommen Zum Aim ich immer noch grottenschlecht auf der X-Box Ne, der D-automatisch macht zwei Schuss, verdammt, das soll ich sparen Ja, ich mach's Komm, komm Goooos Ja, wir sind drin Inkommen Gut, oder war'n wir auch Gut, oder war'n wir auch Na ja Wie eigentlich Das ist Schrot Oder Blei So Komm, jetzt verteidigen wir uns noch Und dann war's noch mit der Folge Verabschieden wir uns alle Und ich würd' eigentlich Muss ich mir entsparen Diese Hütte noch erkunden Haha, na ja Ich kann einfach nicht loslassen von dieser Aufnahme, Leute Hallo, jemand zuhause? Oh, jetzt schmackt die Kamera Hilf mir! Ach, du lebst noch Puh, dass sie sich überhaupt nicht gewundern, was hier los ist So Oh, das sieht noch Das sieht lohnt aus Aber Ist noch was hier Ich bin glücklich, dass sie Okay Ich denke, das ist ungefähr alles, was sie finden Okay Wir sind Eigentlich ganz gut dann Nehmen wir die mal Oh, eigentlich bin ich ein Ninja Okay Ich hoffe, dass wir das vergessen haben Ich vergesse nie etwas Ja, komm, die will ich jetzt mal ausprobieren Verdammt Nice Schon mal aufgelevelt Okay, Leute Zwei Helden Die Nichtsten Den Nichts trotzt Verabschliessen sich Jetzt heute für unter Folge Und na ja Bis zur nächsten Folge Ich hoffe, es hat euch gefallen Lass einen Kommentar da Um das hier zu unterstützen Ich weiß nicht, wie ihr euch das durchziehen werdet Aber ich hab schon vor Einige Zeitungen zu verbringen Vor allem würde ich fragen, ob es noch bei ihr ist Ja Ja Vielen Dank.